Ja, wow! Das ist ein ganz guter Mistiker, oder? Ja, dreieinhalb. Knapp dreieinhalb. Ja, da werden wir müde sein. Das ist ja fein. Na, hoffentlich. Ja. Dann lasst du mir vielleicht halt noch. Ja, der wird auch viel Auslauf lieben, oder? Ja, freilich. Das ist ja klar. Das ist das schönste Alter. Genau.